Boah, Junge, Alter, in deinem eigenen Video mach so ne Scheiße. Boah, ich ess jetzt auch irgendwas, ganz ehrlich, wenn der schlürft. Das ist meine Kranken-Edition! Hallo, meine... Also, hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Blackstories. Nein, Patti ist krank und erste Beleidigung von Henrik, meine lieben Freunde. Moment! 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 Wir haben nämlich ausgemacht gehabt, dass wir mal ein paar musikalischen Folgen machen und sowas. Moment! Moment! Und ich bin ein bisschen angeheitert heute, also denkt euch nicht wegen meiner Stimme, weil ich bin ein bisschen krank. Moment! Und der hat Nasenbutten! Ja, hatte ich auch. Aber ich hab's mittlerweile gestopft, meine linke Nasenhilfte ist mittlerweile gestopft mit Papier. Tief, ähm... So, ja, was sowas angeht... Boah... Wollen wir mal rauschen? Ach, nebenbei trinke ich Kamillentee, Entschuldigung. Kamillentee ist sehr hetero. Hast du jetzt wenigstens für diese schönen Krankheit... Was hast du überhaupt? Hä? Ja, keine Ahnung. Der hat einfach nicht alles. Zu viele Penisse gelutscht. Boah! Noch Knäppelein! 1, 1! 0, 0! Geil! Ja, jetzt kommt erst mal der Rap, also über was ihr rappen müsst. Ihr müsst über Angela Merkel rappen, meine Damen, Freunde. Boah, aber Mutti Merkel... Spielt nicht mit Sekundenkleber! He, 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 he. He, he, he. Also, ja, über Angela Merkel, also... Ihr werdet sehen, Freunde, werdet sehen. Gut. Und jetzt kommen wir mal zu Black Stories. Ja! Und zwar... Heißt die... Hashtag... Hashtag alle in die Kommentare, Party hat nen Schwanz im Mund. Äh, Entschuldigung. Schon wieder? Ja, zweimal! Ja, es ist Maria und Josef! Die wollten ja sagen, bröchel mal! Nee, das wusste... Über was muss man ja rappen? Über was muss man ja rappen? So, also... Über was muss man rappen? Angela Merkel! Was? Was Feines. Nee, oder? Und ich will davon auch eine Minute haben. Alter, nee. 60 Sekunden über Merkel, Alter. Viel Spaß, Simon. Nein, bitte nicht über Merkel, Alter. Doch, doch, über Merkel. Ist jetzt... Ich muss ja auch über afrikanische Tiere, also... Aber dann würde ich lieber über afrikanische Tiere, Alter. Nee, das ist zu spät. Jetzt ist Thema angenommen. Ja, genau. Also, so. Also, die Black Stories heißt die Todesmütze. Oh. So. Seine Mütze wurde ihr zum Verhängnis. Seine Mütze? Boah. Mützeglatze. Ja, seine Mütze. Alter. Henrik. Henrik. Henrik, du denkst wieder nur... Und dann schweig. Wurde ihr zum Verhängnis. Aha. Okay. Das ist der Typ Zauberer. Ja. Dumbledore. Nein. Das war eine Sie. Hä? Seine Mütze. Nein. Seine Mütze. Wurde ihr zum Verhängnis. Es ging es um Sexuallag. Aber... Nein, es ging um nichts. Äh... Körperkontakt nicht mehr. Ist das Wichtige... Ist das Wichtige? Ist das wichtig, als was derjenige gearbeitet hat? Dessen Mütze ihr zum Verhängnis wurde? Nein, nicht indirekt Arbeit, aber... Es hat was auf jeden Fall mit einer Leidenschaft der Person zu tun. Also... Ein Anglerhut. Nein. Ein Anglerhut, Alter. Ein Anglerhut, Alter. Also... Aber es geht um einen Hut, nicht um einen Helm. Es geht um eine Mütze. So. Es gibt jetzt noch einmal so einen ganz kleinen Tipp. Es war ein Hobby von ihr. Von ihr? Von ihr? Von ihr. Ein Hobby von ihr und sein Hut... Seine Mütze hat... Seine Mütze hat... Seine Mütze hat... Seine Mütze hat... Oh! 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 Du hast schon drei Punkte jetzt mein Freund. Nein, 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 nein. Das war kein Punkt. Ne, das sehen wir jetzt wirklich nicht. Das äh... Er ist schon soweit. Ich hab ihm nur wiedergegeben. Ich hab ihm das nur wiedergegeben, was er sagen wollte. Ja, genau. Ich hab Mütze gesagt. Okay. Falls... Wir geben ihm einfach einen halben, okay? Nein. Keine halben Sachen. Nein, leck mich! Ich freu mich schon über seinen Rapper. Dann müssen wir ihm direkt zwei geben. Ich möchte keinen Rap über Angela Merkel machen. Nein, ich will keinen Rap über das südafrikanische Tippe, Mann. Sollen wir tauschen? Na, getauscht wird nicht. Ach, schade. Okay, weiter. Fangen wir mal wieder mit Henryk an. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Oh. Ich hab wieder gute Ideen. Ja. Ähm. Ja. Ja. Boah, Junge, Alter. In deinem eigenen Video machst du so ne Scheiße. Boah, ich esse jetzt auch noch was. Ja, weil ich kann... Ja, weil ich kann... Das ist meine kranken Edition! Geil! Ich esse hier ein schönes Bounty, ey. Denk mich da am Sack! Geil! Da hört einer im Hintergrund zu irgendeine Oper Musik, Alter. Können wir jetzt mal weitermachen, bitte? Ja, aber echt seh. Sonst kommt da wieder Hashtag 20.000 Minuten Gameplay. Also, Fabi. Ja? Weißt du was? Der ist einfach schon weggegangen. Hashtag Fabi flüchtet. Die... Die Black Story war so schlecht, ich musste mal kurz weg. Die ist noch nicht immer aufgedeckt, weil bist du das Witzen, Alter? Und hast du den Server-Bot raus? Ey, der Server-Bot ist immer mal... Okay, das ist jetzt richtig miese, was ihr hier abzieht, Alter. Okay. Also... Ein Hobby... Hat ihr Hobby irgendwas mit spitzen Gegenständen zu tun? Mhm. Ja. Ja. Ja? Ja? Ey, fechten! Es geht um fechten. Nein. Es geht um... ...um Sanomaso. Löwenzahn. Das ist cool, Alter. Ja. Okay. Bisschen sich kaputt machen, diese schöne Black Story. Ja. Ich glaube, ich mach dann freiwillig nochmal ein Diss-Trick gegen euch alle. Ja. Komm, mach doch mal was los ist. Mit Reh, Alter, der fickt euch dann alle. Oh, da herrscht der Punkt. Schade. Ja. Okay, warte. Misch der Bänger. Ah, das hast du's aber auch gesagt. Ja, das zählt aber nicht. Die Wiederholung. Also Party, ein Punkt. Ich kann auch sagen, dass ich's wiederholt hab. Hallo, können wir jetzt mal machen. Ein Punkt Party. Okay. Ein Punkt in Fennsburg, pass auf. Ja, weiter. Graskopf hast du ne Idee? Ich hab keine Idee. Witzchen Gegenständen. Ähm, Wässerwerferin. Ne. Also, sie sammelt's, sag ich mal so. Sie sammelt's? Sie sammelt's. Sie sammelt etwas, was halt eben auch, sei ich mal ne spitze, umragens. Nein. Oh, man. Ach, leer. Topf! 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 Ähm, sie sammelt Glasscheiben. Ja, nein. Musmargen. Auch nicht. diese Spitzen Münzen hat sammeln die meisten deutschen Rentner für ihren Garten Blumen Werke Herr Blümchen Ne weiß ich nicht einfach Gartenzwerge Gartenzwerge endlich und weiter jetzt haben wir schon mal rausbekommen was sie gesammelt hat und ach so sie hatten sie ist gestolpert und von so einem spitzen Gartenzwerge durchbohren ein bisschen indirekt bisschen anders denn sie sie verlor das Gleichgewicht sag ich mal und dann ist eben da hinten hinter sie ein Gartenzwerge gewesen und ist halt mit durch auf die Spitze auf die Porzellanzipfelmütze geknallt ui und als hier die gefunden worden ist war sie bereits verblutet ich war nicht da nix mehr, das ist schon vorbei jetzt haben wir aber einen Gleisstand, ne? ne, Graskova 2 ja, und Henrik, wieviel hat der? ne, Henrik hat auch mal einer ich glaub ich hatte mehr auch wenn ich jetzt... keine Ahnung, aber auf wieviel ist das Gartenzwerge am Anfang? ja, wir haben jetzt noch ein Gartenzwerge am Anfang das Gartenzwerge am Anfang